Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firesome LP. Und ich begrüße euch recht herzlich zu Assassin's Creed Brotherhood, immer noch. Denn wie gesagt, ich möchte gerne, was hier auch schon markiert ist, da wünsche ich es verschönen noch spielen. Und das geht noch bevor ich Assassin's Creed Revelations spielen werde. Ich will gerade bei meinem Fernseher ein bisschen leiser machen. Genau. Irgendwie sowas. Ähm, ja, wir können schon mal da hingehen. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach tun, was euch bedient hat. Siehste doch, kommen wir. Ja, ähm, die Hauptstory, wie ihr sicherlich schon wisst, ist ja schon zu Ende. Wir haben jetzt, damit ihr zeitlich wisst, also das Video wird bestimmt Monate später erst kommen. Allerdings nur, um euch schon mal zu sagen. Ähm, wir haben heute den 23. August. Wir sind gerade eine Woche nach Schulanfang, beziehungsweise eine halbe Woche nach Schulanfang sozusagen. Wieder nach den, also in Nordrhein-Westfalen zumindest nach den Ferien. Und, ähm, kurz noch richtigen auswählen. So. Ähm, jedenfalls sind wir, äh, jetzt quasi sind wir drei Tage vorbei, zumindest bei mir. Ähm, in Sachen Schule. Ich bin jetzt in der 12. Klasse. Quasi. Und, ähm, ja. Was soll man sagen? Schulzeit hat wieder angefangen. Und ich nehme jetzt halt noch, da bin ich jetzt Verschwinden auf. Ich werde, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, nicht so mehr so viel aufnehmen können. Ich sage nicht, ich habe ja ziemlich viel fortproduziert gegen Ende der Ferien, weil, also in der Anfang der Ferien habe ich mir doch gut gehen lassen und so weiter. Äh, Ferien halt. Und jetzt habe ich ein bisschen voraus aufgenommen dann. Ganz viel halt zu Ende gespielt. Und, ähm, jetzt, äh, ist jetzt quasi, also ich kann euch sagen, heute ist jetzt Samstag, der 23. August. Und, ähm, ich habe letzte Woche Montag, glaube ich, habe ich, ähm, das Ende von ACP aufgenommen. Das heißt, wir sind jetzt schon ein paar Tage her. Also macht jetzt aber, tut jetzt auch nichts zur Sache, irgendwie. Also, ich kann es immer noch so schlecht wie vorher. Also, keine Sorge. Und wir werden jetzt da wenigstens Verschwinden spielen. Viel Spaß dabei. Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was ist los? Ezio scheint sich an etwas zu erinnern. Etwas aus 1506. Desmans Puls steigt rasant. Ich gebe ihm ein Sedativo. Nein, das könnten die fehlenden Daten sein. Der Edensplitter ist nutzlos ohne sie. Lass ihn weitermachen. Okay, William. Rom 1506. Und man hat William kennengelernt. Oder noch nicht kennengelernt. Aber man hat schon mal gehört, dass es ihn gibt. Vormerken für die nächsten Teile. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Äh, natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben. Bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai! Bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene. Ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Adormentata. Die Würfel sind gefallen. Leonardos Assistenten Salai in der Diebesgilde finden. Hä? Nochmal. Leonardos Assistenten Salai in der Diebesgilde finden und zur Leonardos Werkstatt bringen. Mindestens 4 Quadratte Däges und Wertezeige behalten. Mh, da sind wir auch schon. Versuchen wir mal Salai. Da ist er ja auch schon am Würfeln. Die Nuovo! Das sind Glückswürfel, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Meister? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht doch, ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Misere. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Du gehörst mir! Oh Gott, Jungs, ja. Was ist mit dem los? Was? Was? Na, kommt doch her. Ist klar. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut. Ich laufe vor. Ihr hinterher. So, gut, dann laufen wir mal. Zu dem Punkt hier. Ja, das sind diese komischen Menschen, die es wohl anscheinend auf Leonardo oder zumindest seinen Diener abgesehen haben. Was sollt ihr denn jetzt? Oh Gott. Ihr könnt ja gar nichts, Mann. Erstmal muss ich mir wieder Kugeln holen. Erstmal muss ich mir wieder Kugeln holen. Ah, zwei Kugeln zumindest schon immer wieder. So, jetzt reiten wir jetzt mal wirklich zu Salai, beziehungsweise zu dem Treffpunkt mit Salai. Oder soll ich Salai sagen? Oder Salai? Ich weiß es nicht. Das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Wir versuchen einfach so schnell wie möglich zu ihm zu reiten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Los, ich fülle mich nicht! Ich fülle mich nicht! Gehe ich halt aufs Dach! Das kommen hier nämlich besser! Und dann ist es auch besser, wenn man hier auf dem Dach ist! Weil dann nerven die nicht so auf dem Boden herum! Ich gehe gerade ziemlich falsche Wege, aber ich will hier über die Dächer gehen! Das heißt... Die Kamerarionale! Mit dem alle, was hier ist, ihre überdimensionierten Fuhrwerke vernünftig zu haben! Mein Herr! Mein Herr! Ihr habt eure Eier! Warum habt ihr nicht das? Eure Anwesenheit ist eine Schande! Diese Fremden sind hartnäckig! Ich bin schon jüngern in ähnlichen Roben begegnet! Sie suchten ein... Objekt, das ich damals besaß! Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles! Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen! Wir müssen ihn warnen! Sprecht nicht weiter! Ich kenne den besten Weg! Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen! Folgt mir! Okay, dann folgen wir ihn mal! Ich umgehe sie! Wir umgehen sie, alles klar! Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist zu geizig. Ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Oh, mein Freund, du redest ein bisschen viel, ne? Mein Freund. Mein Freund. Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hatte. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pythagoras. Angriff! What the fuck? Packt sie! Spürt meine Klinge! Ob euch dieser Schuh passt? So. Angriff! Packt sie! Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Robben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Fragt den Meister selbst, wenn sie ankommen. ...verhaltensregeln bezüglich schlitter Verkleidung und einer Strafe für das Zeigen und blöder Haut zugestimmt. ...die wichtigste Änderung... ...naja, wir sind gleich da, glaube ich. Unter einem... ...lauert es nachts auf einem Dach... Wir sind da. Alles klar. Maestro! Sie haben ihn. Nein! Er muss hier sein! Dieser Tempel, den er fand. Wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist! Ich weiß es nicht. Katzo! Etzio! Da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. Sechs Gemälde. Ich sagte dem Händler das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich, ist er längst aus der Morde. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit das Gestohlene zurückzuholen. Alles klar. Was wir zu tun haben. 100% fünf Gemälde finden.